Ja Leute, was geht ab? Wir sind Leo und Jem. Heute machen wir einen Song aus einem Strohhalm. Genau. Wir sind gerade auf dem Weg in den Supermarkt und schauen einfach mal, dass wir da ein paar Strohhalme finden können. So, also der erste Supermarkt hat leider keine Strohhalme am Start. Jetzt gehen wir in ein bekanntes Fastfood-Restaurant. Wir haben jetzt hier 10 Strohhalme. Genau, und wir checken jetzt zu mir und schauen, dass wir daraus irgendwie ein Instrument bauen können. Okay Leute, wir haben jetzt hier die Strohhalme. Teilen wir die mal auf. Wir haben jetzt hier unsere Strohmalme. Genau, machen wir es so, komm. Also Leute, das kann nicht so schwer sein. Also wir haben jetzt hier die Strohhalme. Teilen wir die mal auf. Jetzt legen wir einfach mal los. Leg mal los. Leg mal los hier. Ich würde sagen, los geht's. Ich würde sagen, auch los geht's. Ich würde sagen, los geht's. Also wie, man muss jetzt hier so einen Schnitt reinmachen? Nee, du musst jetzt erstmal irgendwie die Kanten flach machen. Also dann müssen wir hier einfach reinschneiden. So ein bisschen. Ja, schon verkackt. Wieso? Man muss da nicht reinschneiden. Man muss da so die Ecken einfach abschneiden. So glaube ich. Nicht so reinschneiden. Wir haben leider nur eine Schere. Krank! Das ist jetzt wie ein DTM-Mann. Ganz leicht nur oben ancutten, oder was? Boah, das ist laut, Alter. In Fall leichter als erwartet. Entschuldigung, dass du die so richtig ordentlich cuttest. Dann kriegst du einen Karanten-Sound. Ich würde es auch machen. Wie machst du das? Ich habe die Ecken abgeschnitten. Das ist so nervig. Ich würde sagen... Ich würde sagen, wir selbst jetzt mal. Ich will nochmal machen. Einmal auf Auto. Aber ich würde sagen, es reicht. Wir gehen jetzt mal rüber und samplen das Ding. Ich würde sagen, gute Nacht. Ich würde sagen, bitte. Ich würde sagen, bitte. If not, just give me. The fucking bullet. Let me see my life. Ernest P niez! In... ... ... ... ... Vielen Dank.